Das heißt, ich kann mich nicht mehr verstecken. Das heißt, ich muss jetzt einfach dazu stehen, zu der Person, die ich bin. Und aufrecht gehen und die richtige Meinung sagen, die man hat. Ich sage jetzt schon was Falsches. Also man hat keine richtige Meinung. Man hat eine Meinung, fertig. Und es gibt keine richtige Meinung. Ich kann jetzt eine andere Meinung kriegen, dadurch, dass jemand ein besseres Argument hat gegen meins. Aber da müssen wir wieder hinkommen, dass wir miteinander reden und dass wir miteinander zuhören. Auch wenn die Leute alle keine Zeit haben. Aber wenigstens mal ein bisschen. Hallo, liebe Zuschauer. Willkommen bei einer neuen Sendung, wo es wieder um ein spannendes Gespräch geht. Diesmal mit einem Lehrer. Herr Bornemann, mögen Sie sich mal bitte ganz kurz vorstellen. Ja, guten Tag. Mein Name ist Bormann. Bormann, Entschuldigung. Ja. Ich bin Lehrer im Technikbereich an einer Schule. in Berlin. Und jetzt hat es mich plötzlich erwischt, dass jemand meint, ich hätte zu viel über Corona geredet. Und in der Zeitung und im Fernsehen trete ich dann plötzlich auf als Corona-Leugner, ohne dazu irgendwie vernünftig Stellung nehmen zu können. Nun gut, also wir wissen ja, wie die Medien damit umgehen. Wenn die einen interviewen, dann schneiden sie einen den Halbsatz raus, der irgendwie noch ein bisschen Futter bietet für eine aufregende Berichterstattung. Und bei mir war das aber so, dass ich jetzt eigentlich krank war und ein Weilchen dann nur mal kurz wieder in der Schule war und mir tatsächlich alle Sachen auf die Füße gefallen sind, die im letzten halben Jahr irgendwie in Verbindung gebracht werden konnten mit Corona. Ja, ja, was weiß ich. Schüler hatten, achso, ich sollte mich ja vorstellen, ne. Ja, aber, genau. Also, wie komme ich da überhaupt an die Schule? Ich bin von meiner Ausbildung her Diplom-Ingenieur Elektrotechnik, habe also viel mit Zahlen sowieso zu tun und Strom und Elektrotechnik und sowas. Mein sehr intensives Hobby ist immer Musik gewesen. Ich spiele sehr gut auch Gitarre und mache Ähnliches, hatte auch selbst ein Label und Ähnliches. Ich habe 20 Jahre in der Softwareentwicklung bei Siemens gearbeitet, also auch Computerprogramme, Algorithmen, alles, was dazugehört, immer sehr faktisch. Ein Fan von Mr. Murphy, was schiefgehen kann, geht auch schief. Das heißt, ich bin sehr pedantisch und gucke dann drauf, dass die Sachen dann auch wirklich Hand und Fuß haben. Und irgendwelche halbgaren Methoden, die da wissenschaftlich angewandt werden, die sehe ich natürlich sofort. Und das sage ich dann auch anderen. Aber wenn Sie das in der Schule jetzt sagen, dann werden Sie Rohlau-Leugner. Na gut, ist halt ein Modebegriff, benutzt man immer dann, wenn man keinen Bock hat zu diskutieren. Und das ist jetzt bei mir dann auch leider so passiert, weil manche Leute mögen einfach nicht über Fakten diskutieren. Das ist denen zu anstrengend. Es ist ja so, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie kein Beamter waren, sondern einfach Lehrer in einer Berufsschule. Ja, das heißt also, das ist praktisch wie eine Anstellung bei einem privaten Unternehmen. Ist das richtig? Nicht ganz so. Also ich will da auch nicht zu tief reingehen. Also wenn Sie als Berufsschullehrer dann tätig sind und das zehn Jahre lang erfolgreich gemacht haben und entsprechende Bestätigungen von Schülern auch bekommen haben in Form von Feedbacks und sowas, eigentlich kann Ihnen da gar nichts passieren. Dann gehen Sie hin und dann machen Sie Ihren Job. Und gerade wenn man Ihnen zehn Jahre gemacht hat, dann sollte man ja wirklich davon ausgehen, dass dieser Lehrer dann auch genügend geübt hat, um seinen Unterricht vernünftig zu machen. Und ich habe tatsächlich, nachdem ich gewechselt bin von der Industrie als Quereinsteiger in die Schule, dann nochmal ein Referendariat gemacht, sodass ich also heute tatsächlich zwei akademische Abschlüsse habe, nämlich einmal den Dibbel Inc. von der Elektrotechnik an der TU Berlin und zum anderen dann auch noch meinen Referatsabschluss, zweites Staatsexamen als Lehrer dann auch. Darf ich vielleicht auch ganz klar mal herausfragen, war Ihnen das nicht bewusst, dass das diese Konsequenz haben konnte? Ich habe doch gar nichts falsch gemacht, behaupte ich mal einfach. Also gut, diese Videos, die haben tatsächlich das fast zum Überlaufen gebracht, dass jemand da also so seine Meinung frei heraus auf YouTube äußert. Aber gut, das ist jetzt tatsächlich etwas Neues, was sich auch aus der Situation der neuen Normalität ergibt. Weil wer gestaltet denn die neue Normalität? Die fällt auch nicht vom Himmel und das sagt uns ja auch keiner, wie die aussieht. Das heißt, wir gestalten jetzt also in der Schule selbst unser neues Leben. Wie gehen wir mit der Maske um? Wie weit müssen wir Abstand halten? Wie fühlen wir uns da wohl? Wie kriegen wir das hin, dass auf den bislang nicht gelüfteten Fluren dann endlich der frische Wind weht? Und all diese Dinge, die müssen besprochen werden, zusätzlich zum normalen Schulalltag und auch irgendwie umgesetzt werden. Manche Leute überziehen es dann natürlich kräftig. Also ist es logisch, wenn jemand Angst und Panik hat, dann versucht er das Letzte rauszuholen. Läuft dann vielleicht mit einem Desinfektionsmittel in der Hand herum und setzt eine FFP3-Maske auf, wenn ich es jetzt mal übertrieben formuliere, was ich ja gerne tue, überspitzen und polemisieren. Aber das ist ja auch ein Mittel der Didaktik, dieses Polemisieren und Überspitzen, weil den ein oder anderen Lacher mal rauszukitzeln bei den Schülern, das ist eigentlich gut im Unterricht. Ja, das ist meine Meinung dazu. Also ich kann Sie, und da möchte ich vielleicht auch alle ein bisschen zum Schmunzeln bringen, wir haben heute gerade einen neuen Vlog aufgenommen. Und es ist erwiesenermaßen so, dass nicht nur beim Niesen Aerosole durch den Raum schießen, sondern auch beim Furzen. Das heißt also, in Zukunft werden wir mit Windel und Gummihose in die Schule gehen müssen und alle Schüler dazu verurteilen müssen, Windeln zu tragen und eine Gummihose. Natürlich auch im Parlament, das freut mich besonders, weil es einfach zeigt, wie abstrakt das Ganze eigentlich ist. Ja, also ich kenne das ja alles. Ich bin ja auch ein großer Monty-Python-Anhänger und ich lache über jeden noch so dreckigen Witz. Und wenn John Cleese richtig loslegt, dann ist bei mir der Abend gerettet. Ja, aber das ist nicht bei jedem so, verdammt. Und das musste ich eben in der Schule auch ganz deutlich lernen, dass es da eben Leute gibt, haufenweise, die das so richtig ernst nehmen, das Thema. Ja, und die völlig faktenresistent sind und humorlos auch nicht und die auch nicht auf mein Fachwissen bauen, sondern die auf Fachwissen bauen, was sie von irgendjemand anderem gehört haben. Und mich dann tatsächlich einfach deshalb als Corona-Leugner bezeichnen, weil ich eine andere Meinung habe wie sie. Also verstößt total gegen alles, was wir gelernt haben in unserem Leben. Aber in dieser traumatisierenden Situation, in der wir jetzt gerade drinstecken, ist es tatsächlich so, dass da haufenweise Leute herumlaufen in den Schulen, die wirklich total fertig sind. Die haben Angst und die haben Panik. Und ich habe ja jetzt auch das Glück gehabt oder das Missglück oder was auch immer, der Erste gewesen zu sein in der Schule, dann nach den Sommerferien, glaube ich, der dann sagte plötzlich, mein Sohn hat mir gerade eine WhatsApp geschickt. Der ist jetzt ein Corona-Verdachtsfall. Wie geht man damit um? Mein Umgehen ist damit immer volle Transparenz, sofort raus damit. Aber das kann man tatsächlich so nicht machen. Ich kann also allen Kollegen, die jetzt hier vor dem Bildschirm sitzen, nur sagen, dass sie vorher schon Gespräche geführt haben müssen, bevor dieser erste Fall auftritt, dass irgendjemand da irgendwo was haben kann. Das heißt, mit einer Klasse mal ganz ruhig darüber zu sprechen, was wäre, wenn hier irgendjemand Corona-positiv ist? Wie wollen wir damit umgehen? Die letzten Tage, wo ich in der Schule war, habe ich das ja auch mitgekriegt, dass Schüler das da nicht sagen mögen. Die kriegen eine Nachricht rein, stehen plötzlich auch am Tisch und rennen aus der Klasse raus. Und dann fragt man ja nachher, was war denn da? Ja, der hat von seinem Freund die Nachricht gekriegt, der ist jetzt ein Verdachtsfall oder von einem Mitschüler aus einer anderen Klasse, dem er zufällig beim Sportunterricht in der Turnhalle über den Weg gelaufen ist. Oh, der hat jetzt einen Befund gekriegt, dass er positiv ist. Ich bin an dem vorbeigelaufen. Ich bin jetzt vielleicht auch infiziert. Ich muss jetzt ganz schnell nach Hause. Das sind völlig übertriebene Reaktionen auf so etwas, meiner Ansicht nach. Aber wenn ich das laut sage in der Schule, dann kriege ich Ärger. Und deswegen, in der Schule wird sich immer das übelste Szenario durchsetzen. Von den größten Angsthasen, von den übelsten Hyporondern. Alles, was die fordern, ist ja immer moralisch und ethisch korrekt. Und das muss dann ja auch irgendwie gemacht werden, damit sich alle wohlfühlen. Und da wird dann auch den ganzen Tag irgendwie gehetzt auf Schulbehörden, die das nicht so umsetzen, wie man das selbst für richtig hält. Und ich habe nun tatsächlich aufgrund der Positivität von meinem Sohn, die dann auch später eintrat, natürlich da ganz besondere Erfahrungen in der Schule. Wenn Sie als Lehrer in die Schule kommen und da zu Hause vielleicht ein Sohn noch herumsitzt, an dem man sich anstecken könnte, dann führt das dazu, dass selbst ein negativer Test nicht als Beleg dafür gilt, dass Sie negativ sind. Weil Sie können sich ja nach dem Test noch wieder angesteckt haben. Ja, also das heißt, diese Skepsis bleibt. Und die Schüler sagen einem dann auf den Kopf zu, wir erwarten jetzt, dass Sie eine Maske aufsetzen. Also als unsymptomatischen Mensch, der also wirklich nachweislich fast zehn Jahre durchweg gesund war vor der Klasse, der noch nicht mal genießt hat, der irgendwie auch nicht irgendwie sabbelt. Also ich spucke nicht durch den Raum, ich bin weit weg, ich halte viel Abstand. All das ist alles gegeben. Aber Sie können dann so viel Vorsicht walten lassen, wie Sie wollen. Das ist dann alles egal. Der hat irgendwas gesagt über Corona und weil er ja so komische Videos macht, deswegen verhält er sich bestimmt auch nicht richtig und ist sowieso ein Corona-Leugner und Batsch. Herr Bohmann, ich möchte auch ein paar Fragen stellen, weil ich denke, es ist wichtig, dass wir auch ein paar Dinge, die vielleicht auch allgemein interessant sind, natürlich auch noch mal klären. Also ich verstehe natürlich auch Ihren Frust, den man jetzt erst mal rauslassen muss. Ich glaube, das ist schon ziemlich übel, wenn man nach zehn Jahren einfach vielleicht auch einen Job, den man gerne gemacht hat und ich spüre, dass Sie den gerne gemacht haben mit viel Enthusiasmus, dass der plötzlich weg ist. Wie fühlt man sich, wenn man doch seinen Job mit Leidenschaft gemacht hat? Und da gehe ich einfach jetzt mal von aus, wenn dieser Job plötzlich weg ist. Also wie ist diese Gefühlsebene? Haben Sie noch das Gefühl, Sie leben in einer Demokratie? Das ist jetzt eine Frage, da stecken jetzt ein paar Sachen drin, die ich mal klären muss. Also ich bin den Job noch nicht los, weil so schnell geht das mit einer fristlosen Kündigung nicht. Weil das, was da aufgezählt wurde, das muss ja auch erst mal geklärt werden. Das heißt, ich bin so ein Klärungszustand und ich habe natürlich einen Rechtsanwalt und der reagiert natürlich darauf. Und was denn von den Schulbehörden kommt, das weiß ich auch nicht. Also werden wir sehen, was sich da noch retten lässt. Okay, das zum einen. Auf der anderen Seite, extrem spannende Situation, insbesondere im Hinblick auf die Meinungsfreiheit. Das hat ja auch verschiedene Aspekte. Weil diese Videos, die hat ja auch noch keiner von uns in der Schule gemacht. Das ergibt sich auch aus der Situation. Zum einen aus meinen Unterrichtsthemen. Da kommt das schon drin vor, dass ich sowas können muss. Von daher ist das eine schöne Übung für mich. Das andere ist, dass ich natürlich auch genau aus solchen Aspekten, wie jeder andere sich mit dem Thema beschäftigt. Ich möchte da nichts verkehrt machen. Und deswegen habe ich ja auch schon sehr früh drauf geguckt. Und ich habe auch diese schicke Grafik mir einmal angeguckt beim RKI. Also habe ich mal mitgebracht hier dieses, kann man das sehen? Dieses RKI-Dashboard, wo wir da am Anfang des Jahres so die positiven Fälle hatten. Und jetzt hier hinten am Ende des Jahres bei den vierfachen Testfällen natürlich auch die vierfachen Hoppel haben. Und immer noch nicht so wirklich wissen, was die da überhaupt testen. Nun gut, das, was ich ja hier zu Hause erlebt habe, ist, dass mein Sohn eben eine schwache Erkältung hatte in dem Zusammenhang. Positiv getestet, Mama und Papa negativ getestet, nicht angesteckt, keine Symptome gehabt. Und also weiß der Teufel, was das war. Gut, aber dieses Geschmacksempfinden war bei ihm auch weg, wird schon die richtige Diagnose gewesen sein. Okay, wieder zurück zu der Demokratie. Die Reaktion der Schulbehörden auf den RBB-Bericht, den muss man wirklich, finde ich, einschätzen als unprofessionell. So, das war jetzt ein Schocker für die, falls sie sich das jetzt angeguckt haben und der Bormann sagt sowas. Aber wie kann man aufgrund eines Fernsehberichts über einen Lehrer so aggressiv reagieren? Ja, also ich habe tatsächlich keine Chance gehabt, mich zu diesem Ding in geordneter Weise zu äußern. Ja, so, stattdessen wurde der Schule halt unterstellt, sie hätte alles Mögliche falsch gemacht und, 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 und. Alles aufgrund eines RBB-Berichts. Und da steckt jetzt tatsächlich eine ganze Menge an seltsamen Dingen noch drin in diesem Bericht. Darf ich Sie dann nochmal ganz kurz unterbrechen? Was ist denn genau in diesem RBB-Bericht, also RBB ist das Berliner Fernsehen, also das Regionalfernsehen, was ist da genau vorgefallen? Also, ich habe einen ziemlich kurzen Draht zu denen halt, weil einige von den Leuten dort beruflich mit mir zu tun haben, sage ich es mal so kurz. Ja, also, die haben also so einen Bericht rausgehauen hier. Ein Corona-Leugner macht Schule. Und da sieht man schon irgendwie, die wollen klarstellen, dass jemand, der in seinen Videos auf YouTube Masken als moderne Hakenkreuze bezeichnet, keine Schüler mehr unterrichten darf. In dem Zusammenhang werde ich dann irgendwie als Rechtsradikaler bezeichnet. Aber ich glaube, das hätte sie ja schon schützig machen müssen. Ein Rechtsradikaler wird doch nicht die Masken mit Hakenkreuze vergleichen, sondern mit irgendwas anderem. Aber für mich ist es einfach ein Symbol, was man vor sich hinträgt für ein Gehorsam. Das ist ja völlig klar. Also, ich habe selbst eine Maskenbefreiung. Und es gibt Situationen, in denen ich trotzdem freiwillig irgendwie mal für ein paar Minuten eine Maske aufsetze. Wenn ich zum Beispiel morgens beim Bäcker reingehe und mir einen Kaffee hole, da will ich keine Diskussion jetzt um diese Maske haben. Und für die zwei Minuten, ja, wo ich dann weniger Luft kriege, das ist erträglich. Das schaffe ich. Ja, also mache ich das eben kurz. Das ist auch nichts anderes wie ein Aus-den-Weg-Gehen dieser Schwierigkeit, die man dann damit hat. Ja, und in der Schule ging das auch eine Zeit lang. Also nach den Sommerferien, wir hatten keine Pflicht für Masken tragen in den Klassen. Da bin ich halt mit einer OP-Maske über den Flur, zack, rein in den Klassenraum und dann ging das auch. Und ja, also nochmal wieder zurück zu dieser Sache mit der Demokratie. Der Umgang mit Masken, der ist tatsächlich völlig undemokratisch in jeder Hinsicht, weil demokratisch ist geregelt, dass wir auf Arbeit eine G26-Untersuchung bekommen müssten, wer kann eine Maske tragen, unter welchen Bedingungen, welche Masken sind zu tragen, wie lange machen die Pause und so weiter und so fort. Das ist alles nicht passiert. Das ist komplette Schlamperei. Und wenn da jemand kommt und sagt, ich hätte irgendwas falsch gemacht, dann steht er doch auf dem Rast, ja, auf dem sumpfigen Untergrund. Der weiß doch gar nicht, was richtig ist. Wie sollte der mir sagen, dass ich was falsch gemacht hätte? Also egal, ob das jetzt der Abstand war oder ob es die Maskenart ist oder ob ich zu viel geatmet habe oder zu laut gesprochen oder irgend so ein Blödsinn. Also da sind wir im Moment in einem Stadium des Chaos, was gesetzlich auch überhaupt nicht geregelt ist. Und wenn dann jemand kommt mit irgendwelchen Anschuldigungen, die zu einer fristlosen Kündigung führen sollen oder auch zu einer ordentlichen, ganz egal, kann ich einfach nur sagen, auf welcher Rechtsgrundlage bitte schön passiert das? Wir reden ja gerade so ein bisschen über Demokratie. Ich meine, mir ist doch schon aufgefallen, als es um den Jugoslawienkrieg ging und Gesetze einfach so verbogen worden sind, wie man sie brauchte. Also ich denke da noch an unseren damaligen Verteidigungsminister, wie hieß er noch, der auch Radsport beim Bund Deutscher Radfahrer dann hinterher versetzt worden ist, um da praktisch weiter Geld zu verdienen. Scharping, genau. Rudolf Scharping, der gesagt hat, dass es KZs gibt in Jugoslawien, ich glaube in Kroatien oder in Bosnien-Herzegowina und was eiskalt gelogen war. Das wusste jeder, es war eiskalt gelogen und daraufhin hat man praktisch das Volk eingeschworen, wieder einen Krieg führen zu können. Unterstützt von der SPD und den Grünen. Wir haben das gesehen, immer wieder natürlich auch in der Zeitgeschichte, beim 11. September durfte keiner nachfragen. Es durfte aber auch zum Beispiel beim Börsencrash 2008 keiner nachfragen, wie sowas zustande kommen konnte, sondern es wurde immer oberflächlich eigentlich berichtet. Und ich denke mal, der größte Skandal, der naheliegend war, war Edward Snowden, der einfach ganz klar aufgedeckt hat, dass wir alle abgehört werden. Und zwar von der Kanzlerin bis zum einfachen Bürger. Ja. Jetzt wundert mich das ja gar nicht mehr, wenn, also spätestens da bei Snowden war es bei mir zu weit, dass ich einfach die Gesetze nicht mehr als Gesetze gesehen habe, sondern eigentlich als Wabbelmasse, die so hingebogen werden kann, wie es bestimmte Leute gerne brauchen. Haben Sie auch das Gefühl, also ich meine, als Lehrer hat man ja doch irgendwo so einen ganz anderen, soliden Hintergrund. Man ist ja doch auch so ein Teil dieses Systems, was viele junge Menschen ausbildet. Und sie dann eigentlich, dachte ich immer, als kritische, demokratische Bürger, als selbstständige, emanzipierte, demokratische Bürger auszubilden. Mit den Werten von Demokratie und auch mit der Achtsamkeit, dass so etwas wie der Nationalsozialismus nie wieder irgendwo entsteht. Wie ist das bei Ihnen so von diesen Gefühlswelten her, wenn man diese zwei Konfrontationen aufeinander zuprallen sieht? Also auf der einen Seite, Sie sind, denke ich, mit Statistiken gut ausgerüstet, Sie beschäftigen sich mit diesen Themen. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen auch Ihr Beruf, auch Ihre akademische Laufbahn, dass man sich mit Dingen ganz akribisch beschäftigt. Wie geht man damit um, wenn so zwei Gewalten in einem aufeinanderprallen? Na gut, ich sage mal immer, da gibt es immer persönliche Prioritätenlisten. Und die sind auch lebensalterabhängig. Wenn ich jetzt also als junger Vater kleine Kinder habe, dann gibt es keine höhere Priorität, als alles andere zu ignorieren und mich um meine Kinder zu kümmern. Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich große Kinder habe und wieder andere Prioritäten in den Vordergrund rücken. Also wo ich dann auch vor zehn Jahren war ich dann begeisterter Tagesthemen-Gucker, dachte immer, ich freue mich drauf auf den Ausklang des Tages und gucke das dann so an und nehme das dann so hin und glaube denen dann einfach mal, dass das die Wahrheit ist. Also diese Zweifel, dass die sich so langsam einstellen, die stellen sich dann ja ein, wenn man zum Beispiel guten Gewissens auf eine Demo geht, wie zum Beispiel am 1. August hier in Berlin einfach und sagt, liebe Leute, hier ist Gesundheit das Thema und mich interessiert jetzt nicht, wer da hingeht. Jeder Mensch hier im Land hat ein Recht auf seine Gesundheit. Und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich eine Impfung kriege, sondern das heißt, dass ich für mich gefühlt das Recht habe, eben keine Impfung zu bekommen und dann trotzdem noch alles darf. Da gehe ich da hin zur Demo und höre am Abend wieder diese ganzen Geschichten von, was weiß ich, es waren viel weniger da, es waren Rechte da, es war da sonst wie was. Und wo man dann sieht, also jetzt Leute, ich wusste ja schon immer, dass der tendenziös berichtet, aber das, was jetzt gerade hier abliefert in den Öffentlich-Rechtlichen und diesen ganzen Mainstream-Medien, das ist doch wohl volle Kante daneben. Und dann habe ich natürlich auch zu diesem Thema angefangen, Videos zu machen. Also ich habe jetzt nicht gesagt, so und so viel waren da, aber ich meine, Leute, die so alt sind wie wir, die waren auf vielen Musikkonzerten, die waren an der Waldbühne, die waren vielleicht bei der Love Parade. Die haben einfach ein natürliches Gefühl für Menschenmengen und die wissen, ob das jetzt Zehntausende oder Hunderttausende waren. Und wenn dann da sowas kommt, Nachrichten oder jetzt diese fortgesetzte Berichterstattung über diese Demos und dieses Sortieren von Demos. Die einen Demos sind gut, die anderen Demos sind schlecht und die sind links und die sind rechts. Ich rede schon seit Jahren in unserer Schule darüber, dass ich über die Sache diskutieren möchte. Ich kann mir auch nicht aussuchen, ob der Schüler, der in meinem Klassenraum drin sitzt, jetzt links oder rechts ist oder groß oder klein oder Mädchen oder Junge oder was auch immer. Also die sitzen da einfach und ich mache mit denen Unterricht über eine Sache. Und diese Medien, die argumentieren im Moment nicht über die Sache, sondern ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen ein Video rausgehauen zum Thema Graham's Hierarchy of Disagreement. Das ist also die Art und Weise, wie man miteinander diskutiert, wenn man zu einem Thema verschiedener Meinung ist. Und da kann man anhand dieser Hierarchien locker ablesen, wo sich gerade unsere Mainstream-Medien bewegen, nämlich auf einem der unteren Level. Manchmal bei wildesten Beschimpfungen, ja, so völlig an der Sache vorbei. Da geht es ja nur um die Person, da wird dann zum Bhakti gesagt, der ist ein Verschwörungstheoretiker. Und meine Schüler geben das eins zu eins so wieder in der Schule, das, was sie dort hören. Und das ist einfach eine Art und Weise von Berichterstattung. Aber glauben Sie, also ich glaube ja, dass das, also um Sie da vielleicht ganz kurz oder mal ganz kurz einzuhaken, Ich glaube, dass das Ganze, also das Tagesschau-Thema eigentlich dann eher so ein Thema ist für die Älteren. Ich glaube, dass die Jüngeren ein paar News gucken, die einfach, und das ist ja in den letzten Jahren auch passiert, die News sind ja mittlerweile so, dass man nur noch eine Kurz-Message bekommt. Also man bekommt ein Thema, das nimmt man ernst und man hinterfragt das gar nicht. Ich wäre also jetzt noch in den sogenannten klassischen, ich sage lieber klassischen Medien, sich wirklich gut informieren will und Arte guckt und vielleicht auch die klassischen Medien im Schweizer und im österreichischen Fernsehen, der hat zumindest auch eine tendenziöse Möglichkeit, sich auch kritisch zu informieren. Also wir nehmen nur mal ganz einfach die Macht der Farmer oder die ganzen Geldthemen, die bei Arte sehr gut auch dokumentiert sind, wo es wirklich hervorragende Dokumentationen gibt. Und wenn man dann einfach auch genauer hinguckt, auch bei Tagesthemen, sieht man dann zum Beispiel ein Schäuble, der über eine Deutschland GmbH redet und so weiter und so weiter. Also das sind ja alles Themen, die auf der einen Seite von unseren Politikern und von unseren Redakteuren und so weiter auch kritisch positioniert werden, weil sie es dürfen. Und sobald es natürlich dann in die zweite Ebene kommt, ist es dann, also praktisch in die alternativen Medien, ist es dann nicht mehr erlaubt. Aber ich habe jetzt natürlich die Befürchtung, und da würde ich ganz gerne nochmal mit Ihnen drüber reden, wie sieht so ein Alltag heutzutage in der Schule aus? Wie sieht so ein Corona-Alltag in so einer Schule aus? Haben die Schüler wirklich Angst vor dieser sogenannten Epidemie? Weil diese Epidemie ist doch, ja eigentlich jeder, der so ein bisschen offen ist und ein bisschen jung ist, denen dürfte das doch eigentlich gar nicht interessieren, oder? Also meine Jungs sind ja auch skeptisch geworden über den Sommer, wo eben draußen viele Jugendliche waren, da war gar nichts los. Sie sind ja auch im Alter, wo man was unternehmen muss. Und ich war auch ziemlich sauer, wie die Presse dann immer hellgezogen hat über die sogenannten Corona-Partys. Die waren sehr verantwortungsvoll und die Abstände stimmten und die waren draußen irgendwo auf dem Rasen und haben ihr Bier getrunken. Und ja, das war eigentlich alles okay. Und da hat sich auch keiner angesteckt und da ist auch niemand getestet worden. Und eigentlich dachte ich, die Sache wäre vorbei und gegessen und wir machen nach den Sommerferien wieder normalen Unterricht. Das wäre auch zu jedem Zeitpunkt möglich gewesen, denke ich, solche Maßnahmen an diesem Punkt zu treffen. Aber das ist natürlich eine politische Einschätzung. Was mache ich da draus aus dieser Situation? Und manche Leute haben eben gesagt, da kommt eine zweite Welle und denen hat man eben geglaubt. Okay, ja, also ich will mich jetzt nicht weiter dazu äußern, was ich jetzt von dieser komischen Welle hier halte. Aber da muss man natürlich auch ein bisschen genauer hingucken. Ich habe jetzt, jetzt bin ich schon wieder weg vom Thema. Ich muss wieder zurück zum Faden. Wo war der? Achso, was die Jungs darüber denken. Die Mädels natürlich auch. Ja, ja. Okay, wenn ich welche hätte, würde ich die jetzt auch dazu packen. Achso, haben Sie keine. Okay. Ich brauche mich berichten. Meine sind 26 und 23 und also schon im Alter, wo man schon ein paar Partyjahre hinter sich hat und wo man schon auch noch einen Ticken verantwortungsvoller ist und auch noch was anderes sieht als Corona, wenn einem das berichtet wird, wo es vielleicht auch da geht, in die eigene Partnerschaft und sowas zu investieren. Ich meinte aber Ihre Schüler hauptsächlich. Okay, kommen wir zurück zu den Schülern. Bei den Schülern ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass sie natürlich in der Schule einfach artig sein wollen. Also da gibt es einige, die das so richtig schön raushängen lassen, indem sie die härtesten Maßnahmen irgendwie umsetzen. Also die gemeinsten Masken aufsetzen, wo am wenigsten Luft durchkommt und dann eben glauben, mit diesem Verhalten würden sie tatsächlich ernsthaft dazu beitragen, jetzt die Weltbevölkerung zu schützen. Die glauben das, die machen das dann, aber das sind nicht mehr als 30 Prozent. Aber das reicht, wenn wir so einen Bodensatz hier haben von Schülern, die keine Maßnahmen hinterfragen und sich die Freiheiten auch nicht nehmen, sie brauchen, um selbst leben zu können, nämlich dahinvegetieren. Das ist ja nichts, was wir wollen und schon gar nicht jahrelang und diese Maßnahmenumsetzung ist ja nichts anderes wie gestohlene Lebensjahre für uns alle. Darf ich kurz fragen, die 30 Prozent, die alle Maßnahmen unhinterfragt hinnehmen, wie viele sind die, die dagegen rebellieren? Also die wirklich ganz offen zeigen, nee, den Scheiß mach ich nicht mit. Das können die sich nicht leisten, ganz einfach, weil es gibt genügend Kolleginnen und Kollegen von mir, die darauf sofort reagieren, wenn die Maske nur so ein bisschen unter der Nase landet. So fällig. Ja, also das ist nicht, ich kann nicht feststellen, dass es in irgendeiner Form toleriert wird. Also, und auch die Schüler untereinander beobachten sich ja und stellen ihr Verhalten dann gegenseitig in Frage. Und also dieses, diese Umgebung in der Schule, das ist ja eine Erziehungsumgebung, immer auch zusätzlich zum Bildungsauftrag, den wir da ausfüllen. Und wie kann jetzt ein Lehrer in dieser Umgebung Vorbild sein? Also indem er dann in solchen Momenten dann zum Beispiel zumindest mal sagt, achten Sie bitte auf Ihre Maske. Aber gibt es keine Lehrer, die jetzt auch, wie soll ich sagen, das Gefühl haben, hier läuft irgendwas extrem schief? Ich stelle mir einfach nur die Frage, gucken wir einfach mal ganz kurz auf die Fakten. Die Fakten sind ganz einfach, dieses Jahr war eigentlich mehr oder weniger eine Untersterblichkeit. Jetzt im Ende des Jahres wurden die Zahlen nach oben getrieben. Man weiß nicht, ob das um die Statistik doch noch irgendwie in eine andere Richtung zu schieben. Aber Fakt ist, bis eigentlich Mitte Oktober oder Anfang November war das überhaupt kein Problem. Ich glaube sogar bis Mitte November. Das heißt also, die letzten zwei Wochen sterben wieder ein paar mehr Menschen, also so circa 400. Wo die herkommen, weiß man nicht. Aber bisher war es einfach bis Stand Mitte November, soviel ich weiß, eine Untersterblichkeit in Deutschland. Fakt Nummer eins. Fakt Nummer zwei ist, wir haben gesehen, in Schweden geht es auch ohne die Maßnahmen. Die Sterblichkeit ist ein bisschen höher gewesen, ist zumindest mal so von den deutschen Virologen gesehen worden. Fakt Nummer zwei. Und so reiht sich eigentlich eine Manipulation neben die nächste. Und das, was mich am meisten aufschrecken ließ als Journalist, ist, dass ich mir gesagt habe, Moment mal, wenn wir nicht die extremen Befürworter und die extremen Kritiker in eine Diskussion bringen, dann haben wir nicht die gesamte Bandbreite der Diskussion. Das heißt also, dann haben wir nicht sozusagen in einem der wichtigsten Momente des deutschen Volkes, nämlich wo eine ganze Gesellschaft sozusagen in einen Shutdown geschossen wird, haben wir sozusagen eine tendenziöse Entscheidung. Und das heißt aber in dem Moment auch, dass diese Menschen für diese Entscheidung verantwortlich sind. Das heißt also, die Verantwortung ist bei diesen Leuten, die gesagt haben, wir müssen diese Maßnahmen machen, weil sie nämlich das andere Drittel, die diese Maßnahmen überhaupt nicht tragen, nicht mit eingebunden haben. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Das gilt übrigens auch, finde ich, für die gesamte Gesellschaft, die jetzt momentan immer noch diese Maßnahmen für richtig halten, ohne mit den Corona-Gegnern zu diskutieren und auch deren Virologen, Anwälte und Ärzte zu Wort kommen lässt. Genau. Und das ist das große Problem. Und jetzt vielleicht zu meiner Frage, wenn jetzt diese Lehrer, die jetzt diese Schüler unterrichten, sich da keine Gedanken drüber machen, glauben Sie, dass die sich da über diesen Fakt schon mal Gedanken gemacht haben, dass sie hier jetzt im Moment, wenn das so ist, wie wir es denken, wie unsere Sichtweise ist, dass diese Lehrer eigentlich wie im Nationalsozialismus einen vielfachen Tod mitverschuldet haben, der über Suizid, über abbrechende Verpflegungsketten, Produktionsketten in Indien, Pakistan, Bangladesch und so weiter. Also ist das denen bewusst? Das ist genau die kognitive Dissonanz, sag ich mal, die mich fertig macht. Ja, also in diesem Bewusstsein eben zu sein, wenn du das Spielen mitspielst, dann wirst du den Rest deines Lebens ein scheiß schlechtes Gewissen haben. Und das ist genau der Punkt, an dem ich dann sage, mit den Fakten auf den Tisch bitte, ich möchte darüber reden, ich möchte die Debatte führen. Und dann sieht man die gemische Reaktion. Ausgrenzung, Corona-Leugner, wir wollen diese Debatte nicht führen. Und die Debatte wird unter den Tisch gekehrt, völlig klar. Und zwar als rechtsdiffamiert, was auch immer. Also Leute, die mich lange kennen, die wissen, dass ich eher die Grünen gewählt habe als irgendwas anderes. Aber das ist jetzt vorbei. Also mit dieser Show, die sie da abgezogen haben, da können sie mich auch nicht mehr mit neuen Fahrradwegen beeindrucken, die ich auch sehr gerne mag. Also ich, Dito, also bis 1999 habe ich die Grünen auch gewählt. Und danach habe ich, nachdem sie kriegerisch als pazifistische Partei in den Krieg geführt haben, habe ich sie nie wieder auch nur mit dem Hintern angeguckt. Weil das ist etwas, was, wenn man zu seinem Wort steht und da ist für mich der Pazifismus das Wichtigste gewesen bei den Grünen, da muss man auch dazu stehen. Dann kann man dieser Partei nicht glauben. Den SPD, der SPD habe ich dann wegen anderen Dingen nicht mehr geglaubt. Aber ja, ich möchte trotzdem noch mal so ein bisschen darauf hinauskommen. Ist den Leuten klar, dass sie für vielfachen Mord im Moment einstehen müssen, wenn das ganze Thema hier durch sein wird? Sie wollen das nicht hören, behaupte ich. Sie wollen das wirklich nicht hören. Weil das ist ja auch genau die Kritik, die mir entgegenschlägt. Jetzt macht man nicht so eine Welle, wird schon irgendwann vorbei sein. Die kümmern sich schon, wird alles gut. Demnächst kommt die Impfung, ist alles wunderbar. Ist doch eine Killer-Seuche. Wenn man solchen Narrativen glaubt oder sie glaubt, mit umsetzen zu müssen, damit unsere Welt besser wird mit der Agenda 2030, dann zieht man das Ding einfach durch. Da gibt es einfach so Leute, die glauben, dass genau das Wörtchen Solidarität genau dieses bedeutet, an diesem Programm gemeinsam zu arbeiten und das durchzuziehen. Und ich habe jetzt gerade heute mal wieder reingeguckt beim World Economic Forum. Da ging es um Building Equressive World. Und der Kanzler Kurz aus Österreich war da und hat da Auskunft gegeben. Und dann waren andere da, die fleißig über die Impfung fabulierten. Und dass es ja überhaupt kein Problem wäre und so weiter und so fort. Und die Gesamtzuschauerzahl befand sich um die 80. Da dachte ich, wie kann denn das sein? Was 80? Also jeder, der Livestream mit 80 Leuten, die da zugucken, beim World Economic Forum. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist verdammt wenig. Also ich finde, dass das ein guter Tipp wäre jetzt von mir oder ich gebe jetzt einfach mal den Tipp. Leute, wenn ihr bei YouTube seid, dann guckt mal nach dem YouTube-Kanal des World Economic Forums. Abonniert den und setzt den auf Sofortliefern mit der Glocke. Dann seid ihr in jedem Livestream dabei und dann könnt ihr euch angucken, was diese Leute da im Moment planen und was die da gerade machen. Und wer von unseren Staatseliten gerade dort anwesend ist und Versprechen abgibt. Heute, wie gesagt, war das gerade der Sebastian Kurz aus Österreich, der da war. Und der Beitrag hieß Building a cohesive world. Und das kann sich jeder angucken. Diese ganzen Dinge sind alle live. Hat nicht die Bohne was von Verschwörungstheorien zu tun. Das sind die Pläne, die gerade ausgerollt werden und die man machen möchte. Und da spielt auch die Impfung eine Rolle und die freuen sich schon, dass das alles so gut klappt. Und die machen auch die Pläne. Und Leute, die jetzt also lange dieser Linie treu gewesen sind. Die UNO macht das für uns und die WHO ist toll. Und wir entsenden dort unsere Leute. Und die NGOs machen einen tollen Job. Leute, die das glauben, die ziehen jetzt auch mit an diesem Seil. Anders kann ich es mir auch nicht erklären, dass die Antifa immer auf der anderen Seite ist jetzt bei den Demos. Und wenn man diese Art von Politik sieht, die ich ja durchaus schon gelabelt habe mit, das halte ich für Faschistoid. Dann müsste eigentlich die Antifa ganz vorne mit dran sein und sagen, sorry, also warum demonstrieren wir nicht eigentlich mit allen anderen mit, die da sind? Ja, die Antifa ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Ich glaube ja, dass die wollen, dass die Gesellschaft in eine Anarchie verfällt, in eine Art Bürgerkrieg, um dann ihr System, ihre Ideologie durchzusetzen. Und wir haben ja schon oft gesehen in der Geschichte, dass das dann total nach hinten losgeht. Ich denke da nur an den Kommunismus in der Sowjetunion oder den Kommunismus unter Mao Zedong in China oder, oder, oder. Also jede Ideologie, die einfach dann so brachial durchgesetzt worden ist mit Gewalt und mit Brutalität, die hat einfach immer böse geendet. Wir, und da möchte ich vielleicht jetzt auch nochmal mit Ihnen drüber reden. Also ich stehe ja mit der Ignorance Meditation oder auch das Querdenken eigentlich für demokratische Werte, aber für echte demokratische Werte. Das heißt also eine Gesellschaft, die immer und jederzeit auch an der Demokratie mit beteiligt ist. Und zwar nicht nur über Eliten, nicht nur über Aushängeschilder wie die Politiker oder die Politdarsteller, wie das ja manche auch immer so schön sagen, sondern über eine direkte Demokratie, besser noch, also ich stehe mehr eigentlich auch noch für ein Bürgerparlament. Wofür stehen Sie als Lehrer? Tja, also ich habe da tatsächlich in dieser Situation, in der wir stehen, jetzt als größten Wunsch erstmal, dass wir offen miteinander reden können. Ich habe es selbst erlebt als junger Mensch, mein Vater war im Gemeinderat des Dorfes, in dem ich aufgewachsen bin. Da gab es dann die SPD und die CDU, wie heute auch, ja, und die haben sich dann da gezofft. Und manchmal ist mein Vater sehr verärgert nach Hause gekommen, aber die haben miteinander geredet. Die hatten da hier im Sonntagsfrüh shoppen und da haben sie dann dieses Essen und das ging. Also ich brauche mir eigentlich aus meiner Sicht keine Riesenveränderungen vorstellen an dem, was wir eigentlich als Grundgesetz hier haben, weil das eine gute Grundlage ist wirklich, wenn man das ernst nimmt, was da drin steht, um miteinander zu reden. Weil da steht an erster Stelle die Menschenwürde. Und wenn ich dann weiß, da ist einer, der hat nicht meine Meinung, ja, was weiß ich, von der AfD möchte eine völkische Gemeinschaft gründen oder so, dann kann ich ja sagen, na Gott, das kann ja heiter werden, wenn ich mich jetzt mit ihm unterhalte. Ich habe kein Problem damit, mich mit allen an einen Tisch zu setzen. Auch mit diesen Leuten nicht. Und diese Ausgrenzung, die jetzt durch die Medien passiert, mit denen rede ich nicht. Das geht überhaupt nicht. Ein Bundespräsident, der muss für die Gesamtbevölkerung stehen. Und der muss auch die AfD als seine Schäfchen sehen und sich um die kümmern. Und da kann er nicht sagen, dieses Recht, mit dem rede ich nicht. Ja, was ist er denn dann, wenn er so ausgrenzt? Aber das ist ja auch ein bisschen die Politik Merkel. Ich denke, 16 Jahre Merkel bedeutet auch 16 Jahre Aussitzen von Problemen, Aussitzen von Diskussionen. Also Frau Merkel ist ja jemand, der nur mit den Menschen redet, oder mit den Menschen redet, die auf ihrer Linie sind. Sie redet ja praktisch nicht mit den Gegnern. Es gab ja noch nie in der Geschichte der Deutschen, also es gab ja auch vor der AfD, gab es ja auch rechtstendenziöse Parteien. Man hat da natürlich schon auch immer drauf geschossen, aber so wie jetzt heute nach links und rechts geschossen wird und auch Gespräche verweigert werden, um Macht zu erhalten, das ist ja typische Merkel-Politik. Also wenn ich jetzt einfach in den besten Zeiten der 70er, 80er und 90er gucke, wie da sich im Parlament und auch unter den Parteien noch gefetzt worden ist, dann ist da ja nichts mehr von übrig geblieben. Also wir haben ja praktisch eine Konsenspolitik, wo sozusagen Leute, die nicht derselben Meinung sind, ausgegrenzt werden. Also ein leuchtendes Beispiel, dass es doch noch so Leuchttürme gibt, das ist ein Willi Wimmer, der ja immer noch ein CDU-Buch hat. Es gibt noch diese wenigen, die natürlich offen reden, aber leider viel zu wenige, das muss man ganz klar sagen. Komme ich vielleicht nochmal zu einer weiteren Frage. Wenn man jetzt als Lehrer gearbeitet hat, wie wichtig ist das jetzt zum Beispiel auch, dass man den Schülern demokratische Werte mitgegeben hat, um, ja, das sind ja jetzt eher so Ausbildungslehrgänge wahrscheinlich, die Sie machen, aber wie wichtig ist da einfach auch die, inwieweit wurden Sie geschult, dass Sie diese demokratischen Werte auch hochhalten mussten? Also als Techniklehrer ist das tatsächlich nicht meine Aufgabe, sondern diese Inhalte, die kommen jetzt bei mir ins Fach mit rein durch fächerübergreifenden Unterricht. Was heißt fächerübergreifender Unterricht? Wir wollen ja eigentlich mehr ganzheitlich unterrichten. Was liegt gerade an? Was läuft gerade aktuell? Und die intrinsische Motivation möchte man ja eigentlich stärken. Das heißt, das Gegenteil von dem, was jetzt gerade passiert. Mach dies, mach das, mach jenes. Kommt der jetzt wieder durch dieses Verhalten? Man sieht ja draußen Plakate rumhängen, so nach dem Motto Maske aufsetzen und alles gut oder so. Wo ich dann immer denke, das ist ein Abwürgen einer Diskussion. Wie kriege ich jetzt eine Diskussion überhaupt rein in die Schülerschaft? Und mein Ansinn war eigentlich immer, die Kollegen insofern zu unterstützen mit ihren Fächern, mit Deutsch, mit WSK und Sozialkunde, Wirtschaft, weiß der Teufel, indem ich dann immer Themen mit reinnehme in meinen Technikunterricht, die als Inhalt fungierten, der zu transportieren war. Wenn ich jetzt also eine Webseite programmiere, muss da ja irgendwas draufstehen. Dieser Inhalt dieser Webseite, der ist jetzt nicht wichtig für die Notenfindung. Wenn ich zum Beispiel dann den Willy Brandt irgendetwas sagen lasse, ein Foto muss drauf sein und ein Text unten drunter und da muss bestimmt formatiert sein und da muss ein roter Hintergrund sein vielleicht und Ähnliches, dann ist das meine Aufgabe, den Schülern beizubringen, wie man diese Webseite gestaltet. Und die Inhalte, die nehme ich dann halt aus interessanten, aktuellen Inhalten. So bin ich dann auch zum Beispiel dann auf Fridays for Future gekommen, wo ich erst mal dachte, das wäre unterstützenswert. Ich war auf der ersten Demo da, habe dann angefangen, diese Themen mit reinzunehmen im Unterricht oder habe dann später die Seite greta-liegt-falsch-geschrieben.de, wenn man das so eingibt als URL, greta-liegt-falsch.de, dann landet man auf meiner Webseite, wo 100 Seiten zum Thema Klimawandel drin sind, die dann allerdings sehr, sehr viele Fragen aufgeworfen haben, was mögliche Lösungen angeht. Und da waren dann auch wieder ganz viele Leute nicht mit einverstanden, dass ich dann Fragen stelle. Aber das gehört eben zur offenen Debatte dazu. Und das ist den meisten Leuten einfach zu anstrengend, über Inhalte zu reden. Die müssen plakativ irgendwas bekommen, was weiß ich. Elgur sagt, das und das ist zu tun und dann macht ihr das mal. Das fand ich dann schon sehr seltsam. Da bin ich dann schon darauf gestoßen, es gibt eben Narrative, die werden einfach umgesetzt und durchgereicht. Und denen begegnen wir auch jetzt wieder in der Schule. Und da bin ich jetzt die Opposition, wo ich einfach sage, wenn ich ein Narrativ erkenne, dann nehme ich es auseinander. Weil das ist keine sachliche Diskussion. Das ist ja auch wichtig eigentlich als Lehrer. Die Aufgabe hat man doch auch als Lehrer, der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Das ist doch auch ein Teil unserer Geschichte, aus der wir eigentlich hätten lernen müssen, dass wir alles hinterfragen. Also dazu gehört für mich als Journalist, ich bin ja unter einem ähnlichen, als weitere Gewalt im Staat, hat der Journalismus ja dafür Sorge zu tragen, dass er hinterfragt und zwar alles. Und vom 11. September bis hin zum Börsencrash 2008 oder auch den ganzen Snowden- oder Assange-Fall bis heute zu Covid-19. Das ist unsere Aufgabe, dafür wurden wir erzogen und das wurde uns beigebracht. Und plötzlich soll das ganz anders sein. Fühlen Sie sich ungerecht behandelt? Naja, also ich fühle mich insofern ein bisschen blöd, wenn man nicht mit mir diskutiert. Weil ich bin wirklich eine Plaudertasche. Also ich rede den ganzen Tag, wenn es geht. Bloß ich kann ja nicht mit mir selbst reden. Also ich brauche ein Gegenüber, was daran interessiert ist am Thema und der dann mitmacht. Und wo man sich die Bälle gegen zuspielen kann. Und wenn das nicht kommt, dann ist das irgendwie demotivierend, eine recht einsame Position. Und sie führt sogar dazu, zu solchen Situationen wie dieser, die wir jetzt haben. Also ich weiß nicht, warum dann teilweise da auch Kollegen dann mir sagen, dass ich so nicht mit diesen Themen umgehen kann. Sie haben aber noch keinen Alternativvorschlag gemacht. Der könnte eigentlich nur lauten, halt die Fresse. Also das kann es ja nicht sein. Wenn ich mir jetzt einfach vorstelle, dass Sie jetzt in der Schule den Kindern etwas beibringen, wo sie nicht hinterstehen können. Hat das auch etwas damit zu tun, dass Sie sich nicht verbiegen können? Genau. Also hat das etwas damit zu tun, dass Sie auch mit diesen Konsequenzen jetzt auch leben und einfach sagen, nein, der Preis ist mir zu hoch. Also hier ist eine Grenze übertreten worden? Ja. Das hat natürlich auch historische Gründe. Also wenn man 1961 geboren ist und dann anfängt, sage ich mal, 1970 spätestens dann irgendwie auch Fragen zu stellen. Wie war das damals hier mit dem Krieg und warum ist er ausgebrochen? Und was habt ihr da gemacht? Und konnte die niemand verhindern? Und all sowas, wo man immer nur merkte, dass die Eltern und Großeltern dann sagten, über Politik redet man nicht. Oder mit diesen Leuten reden wir nicht. Oder mit jedem reden wir nicht. Und sowas. Da sagt man, das ist eigentlich eine Situation, in der möchte ich mein Leben lang nicht kommen. Dass ich zu den Leuten gehöre, mit denen man nicht mehr redet. Warum redet man mit diesen Leuten nicht? Weil sie irgendeinen Scheiß angestellt haben in dieser Zeit. Wahrscheinlich, weil sie stromlinienförmig als Feiglinge und Mitläufer agiert haben und einfach nur ihren Job gemacht haben und hin und wieder über die Stränge geschlagen sind. Deswegen hat man dann mit diesen Leuten wahrscheinlich nicht mehr geredet. Das ist meine heutige Interpretation von diesen seltsamen Gesprächen, die ich damals gefühlt habe. Und ich kann das gut nachfühlen, dass ich niemals zu diesen verlogenen, Feiglingen, Mitläufern gehören möchte, die vielleicht wissen, dass diese Wahrheiten existieren, über die wir hier reden. Weil die sie einfach nicht wissen wollen. Oder die einfach sagen, das Narrativ ist dazu da, weil es nützt. Also Wahrheit ist das, was nützt. Es gibt ja so Leute, die politisch so ticken. Aber das ist nie mein Anspruch gewesen. Also meine Mutter hat mir gleich als erstes beigebracht, du lügst mir nicht. Also Lügen ist das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Und jetzt bin ich mit Medien und Politikern konfrontiert, die mir Dinge auftischen, wo sich mir die Haare zu Berge stellen, wo die demokratischen Grundwerte quasi kurz vor dem Ende stehen. Also wenn man so weitermacht. Jetzt darf man ja noch was sagen. Ich stehe da zu den Leuten, die jetzt einfach sagen, wenn wir jetzt nicht sagen, dann ist es zu spät. Dann müssen wir tatsächlich die Klappe halten. Wir wissen ja, dass viele Leute, die den Mund aufgemacht haben, also ich zähle ja jetzt vielleicht mal so ein paar auf, einen Ken Jebsen, einen Wodak, Dr. Wodak, Prof. Bhakti, auch wir, viele haben ja wirklich viele Repressalien erlebt. Also ich habe die schon im April, Mai erlebt. Ich habe da sofort meine ganzen Sponsoren los, haben mich rausgeschmissen, weil ich einfach eine andere Meinung in einer Demokratie dafür einstehen musste. genauso, wenn man jetzt einfach guckt, YouTube hat, glaube ich, in den letzten Wochen bestimmt 20 Kanäle gelöscht, große Kanäle, die maßgeblich in Deutschland die alternative Medienlandschaft eigentlich repräsentiert haben. Man könnte natürlich auch sagen, dass sie vielleicht auch für die Mainstream-Medien oder für die klassischen Medien zu stark geworden sind und einfach so versucht wurde, eine Konkurrenz auszulöschen. Es gibt viele, die Konten verloren haben oder Schwierigkeiten mit Banken haben und, und, und. Haben Sie das Gefühl, Sie leben noch in einer Demokratie? Und da möchte ich auch gleich noch eine zweite Frage hinterher schieben. Lässt sich unsere Gesellschaft gerade wie damals im Nationalsozialismus verleiten von einer Politik? Weil grundsätzlich ist ja eine Gesellschaft nicht von vornherein schlecht. Das, was ja jetzt gerade passiert, ist, dass eine Gesellschaft instrumentalisiert wird, um bestimmte Dinge durchzusetzen. Das war ja ähnlich eigentlich auch im Nationalsozialismus, fing ganz harmlos an und es wurde sehr schnell immer schlimmer. Haben Sie da auch dasselbe Gefühl oder ist das ist das kein Vergleich wert? Ich finde ich finde das ganz schlimm. Und weil ich das so schlimm finde, werde ich dafür kritisiert von anderen, die dann sagen, diese Vergleiche, die darfst du doch gar nicht ziehen. Für mich ist das, was gerade läuft, eines des schlimmsten Menschheitsverbrechen überhaupt. Weil diese ganzen Konsequenzen, die spüren wir ja nicht nur im eigenen Land. Ja, wenn in Entwicklungsländern jetzt plötzlich dann fünf Millionen Kinder nicht an Tuberkulose geimpft werden, weil da gar keiner mehr hinkommt, weil da gar keiner mehr hilft oder irgendwas. Das hat doch alles Schäden und man kann doch nicht sagen, diese Kollateralschäden, die wir da jetzt gerade hinnehmen, die existieren nicht. Aber in der Medienberichterstattung existieren die nicht. Da wird dann so getan. Das kommt praktisch nicht vor. Ja, das sehe ich auch so. Und was da in Indien abgeht, was da in Afrika abgeht, das wird im Moment schön geredet. Da wird anhand von einzelnen Beispielen irgendwo dann gesagt, guck doch, das funktioniert doch wunderbar. Also da sind wir wirklich auf die alternativen Medien angewiesen, dass da Leute vor Ort sind, die dann einfach mal auch was anderes erzählen, um es mal so zu formulieren. Das Schöne an den alternativen Medien ist ja tatsächlich, dass wir tatsächlich nicht unter diesem Erfolgsdruck stehen manchmal wie die etablierten Kanäle. Das heißt, wir können uns mehr Zeit nehmen, wir können einfach mal irgendwie eine Meinung sagen, wir können sagen, Leute, ich habe das und das gehört, ist das wahr, recherchiert doch mal. Das heißt, ich habe in einem meiner ersten Videos auch irgendwann gesagt, wir sind die neue Normalität. Wir sind jetzt die, die rausgehen, auf YouTube unsere Meinung sagen und sagen, Leute, wenn ihr eine andere Meinung habt, schreibt mal einen Kommentar unten rein, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Und ich bin auch schon darüber dafür tatsächlich gelobt worden, dass in meinen Kommentaren immer so nette Sachen drinstehen, dass man sich da eben normalerweise nicht schlägt und haut und sonst für was jetzt. Also nach dieser Berichterstattung in den Medien sah das mal ein paar Tage anders aus, da habe ich viele Daumen nach unten gekriegt. Ja, was erwartet man denn auch, wenn man gleich als Bösartigst der Krimineller der Welt dargestellt wird, so in etwa? Warum übertreibe ich das wieder so? Naja, wir haben Rückmeldungen aus den USA gekriegt, aus der Türkei, was ist denn da los? Also meine Familie ist hier fertig gemacht worden vom ganzen Bekanntenkreis. Der Nachbar zischelt dann, äh, Familie, Corona-Leugner, hihihi, und meine Frau hat das total fertig gemacht. Und gut, also müssen wir irgendwie mit klarkommen. Also ist es schon so, dass die Repressalien schon auch sehr extrem bei Ihnen sind? Ja, klar. Das heißt also, in einer Demokratie, die diesen Anspruch auch für sich beansprucht, weil sie ja auch nach Belarus guckt und sagt, da ist eine Autokratie, da ist ein diktatorisches System, geht eigentlich in dieselben Fußstapfen. Also das ist eine Dynamik hier in der Bevölkerung, die einfach ungut ist. Und zwar maßgeblich gesteuert über falsche Auskünfte in den Massenmedien. Also wenn die immer noch über Infektionszahlen sprechen, sprechen statt, über positive PCR-Tests, ist das eine Katastrophe. Also ich habe jetzt gerade vor einem Tag ein Video gemacht, das hieß, danke Herr Schupelius, weil das ist der Kommentator, der BZ hier in Berlin, der hat sich mal rausgetraut, einfach mal ein paar Fragen zu stellen. Wo sind denn hier in Berlin unsere Corona-Kranken? In welchen Krankenhäusern liegen die? Wie alt sind die? Welche Krankheiten haben die sonst noch? Ja, und so weiter und so fort. Aber das hat ja Herr Professor Püschel eigentlich schon aufgezeigt im Mai von 200 Leichen, die er seziert hat. Und das ist die einzige Möglichkeit, um verifiziert die Krankheit nachweisen zu können, wo dran die Menschen gestorben sind. Und das ist verifiziert. Und das hat Herr Püschel bestätigt, sind von 200 Leichen ohne nicht mindestens eine schwere Vorerkrankung im hohen Alter. Die meisten aber mit zwei, drei oder vier zusätzlichen Erkrankungen gestorben. Also von daher denke ich mal, der Einzige, der bisher verifiziert etwas dazu sagen kann, ist Professor Püschel und das hat er getan im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Das Traurige daran ist, dass der dann von meinen Schülern auch wieder als Verschwörungstheoretiker aufgeführt wurde. Also ich sage auch, natürlich, also das, was ich auch als Lehrer weiß, es reicht nicht, das einmal zu sagen. Es reicht auch nicht, dass es eine Person sagt. Und da müssen viele mehr rauskommen und täglich danach fragen, wo sind denn die Berichte aus der Pathologie? Ich möchte, dass wirklich jeder notierte Covid-19-Tote wirklich durch die Pathologie geschoben wurde. Da mal einer drauf geguckt hat, ob der irgendwas mit Covid-19 hatte oder ob der nur einen positiven PCR-Test hatte. Das ist doch ein riesengroßer Unterschied. Deswegen habe ich auch mal ein Video gemacht, da habe ich auch mal wieder ein bisschen überspitzt, da hieß es dann mit oder an Fliegenschiss gestorben. Ja, ich kann mit Fliegenschiss sterben, indem eine Fliege mich bescheißt. Ja, ich kann aber auch an Fliegenschiss sterben, wenn ich mir das in eine Spritze reinziehe und mir das in die Ader rein injiziere und eine Blutvergiftung davon bekomme. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Und genau diese beiden Zahlen, die werden nach wie vor vermischt miteinander in einer Statistik. Und diese ganze Statistik, die ist sowieso nicht besonders aufwägen, wenn man es mal in absoluten Zahlen sich anguckt. Dann ist Covid-19 immer noch eine äußerst seltene Krankheit, ja, mit vielen anderen seltenen Krankheiten zusammen. Das ist per Definition so, nach medizinischen Kriterien. Aber es ist ein gutes Geschäft. Ja, also wie gesagt, es wird das größte Geschäft, was es wahrscheinlich für die Pharmaindustrie jemals auf dieser Welt gab. Reden wir vielleicht mal ganz kurz über Ihre persönliche Befindung. Also, die wirken schon auch ein bisschen wütend auf diese ganze Situation, auch, dass man sie so in eine Ecke schiebt und als Demokrat nicht ernst nimmt, also als kritischer Bürger nicht ernst nimmt. Das geht ja seit Monaten oder jetzt seit, ja, vielleicht sogar bei, wenn man jetzt Richtung Pegida guckt, seit Jahren vielen Menschen so, dass sie nicht gehört werden. Also, sie werden von ihrer Politik nicht gehört. Ich bin alles andere als, ich habe überhaupt keine Rechtstendenz von meiner politischen Ausrichtung und trotzdem kann ich es verstehen, dass die Bürger zum Beispiel in der DDR sehr wütend sind. Ich möchte noch ein bisschen mehr verstehen, was in Ihnen vorgeht. Sie haben ja auch selber gesagt, Sie sind grüner, Sie haben die Grünen immer gewählt. Warum sind Sie plötzlich so wütend? Also, was ist, was passiert da in Ihnen? also das entscheidende Klicken ist beim Thema Digitalisierung aufgetreten, wo ich dann plötzlich merkte, die Grünen, ja, sind jetzt plötzlich begeisterte Digitalisierer, weil sie irgendwo grüne Haustürschilder dran pappen wollen, weil sich jemand grüner benimmt als sein Nachbar und dann, also, die Grünen sind eigentlich Befürworter des Social Scorings. Die CDU dachte ich dann immer, die stellen als erstes die Überwachungskameras auf, aber die Grünen werden sie benutzen und zwar zu Zwecken, wo ich denke, nee, für diese Zwecke wollte ich sie nicht haben. Das heißt, es ist quasi, hier in Berlin haben wir am Südkreuz schon Versuche gehabt, wenn ich das richtig gehört habe, mit Gesichtserkennung. Kann ich da Leute erkennen anhand ihres Gesichts? In Zukunft braucht man ja bloß noch gucken, wenn ich ein Gesicht erkenne, dann hat er keine Maske auf, dann kriegt er gleich 20 Minuspunkte. Dann kriegt er vielleicht als nächstes keine Wohnung mehr im neuen Sozialbau, der auf dem Tempelhofer Feld stattfindet oder sowas. Also all dieser ganze Quatsch ist plötzlich denkbar und jetzt kann man sagen, ist das ein guter Plan oder ist es ein schlechter Plan? Dass man den einfach umsetzt, ohne jetzt die Bevölkerung zu fragen, halte ich für ein Unding. Und die Art und Weise, wie das bislang diskutiert wurde, ist schlecht, weil die wirklich kritischen Geister, die sagen, das haben wir ja schon 20 Jahre diskutiert, das müsste euch ja klar sein, dass das jetzt kommt. Aber naja, machen wir mal das Beste draus. Die sind halt auch irgendwie so abgegessen. und wenn denn da jetzt einer kommt und sagt, was, das geht jetzt wirklich los? Nein, das will ich doch gar nicht. Keine Chance. Also es gibt natürlich auch viele Kritiker, die jetzt sagen würden, wir verweigern, also diejenigen, die jetzt auf die Straße gehen, verweigern sich der digitalen Normalität. Und viele Bürger empfinden ja dieses digitale Zeitalter auch als ein sehr spannendes und eins mit sehr vielen Möglichkeiten. Das Auto fährt plötzlich alleine, man hat Fahrassistenten, es wird sicherer, das Leben. Man kann den ganzen Abend Netflix gucken und, und, und. Also es gibt ja viele Dinge, man kann mit Alexa reden und, ja, man kann Cybersex führen und so weiter und so weiter. Also es gibt ja viele Dinge, die mittlerweile viele Gesellschaften oder viele Gesellschaftsanteile auch in diesem Sicherheitsbequem-Modus auf der Couch ein artgerechtes, für sie artgerechtes Leben herbeizaubern. Ja, da sind ja bei mir ja auch an der richtigen Stelle so als Techniker, wie wird man denn Techniker, ja, also so Ingenieur, Elektrotechnik, weil ich wollte ja halt wissen, wie das Radio funktioniert damals, wie Milchspult funktioniert, wie die E-Gitarre funktioniert. Ich wollte eine laute PA vielleicht selbst bauen, ja. Ich wollte rocken und so kommt man dann eben dazu. Und dann, als ich fertig war mit dem Studium, da war es plötzlich interessant, Musik zu machen wie Depeche Mode und da habe ich dann einen Computer genommen, um meine Musik zu machen, weil die unzuverlässigen Mitmusiker in der Band, wenn die nicht kamen, dann war der Abend quasi scheiße und mit meinem Computer habe ich diese negativen Erfahrungen nicht. Der kann dann eben sofort befriedigen mit dem richtigen Ton. Ein Nerd der ersten Stunde. Ja, ich habe alles mitgemacht. Alles, was da neu kam, das hat immer Spaß gemacht. Und Raumschiff Enterprise damals zu gucken und zu sagen, mein Gott, ich will auch ein Zimmer haben, in dem so viele Lampen blinken und ich möchte verstehen, was hinter all diesen Knöpfen ist und draufdrücken und so. Also diese Technikbegeisterung habe ich ganz klar. Aber das, was wir jetzt im Moment hier damit machen, mit der Technik, das ist ja Gesellschaftspolitik. Und da, das ist nicht, niemals Ziel gewesen. Also, dass ich jetzt, wenn ich von, nach Hause komme, angenommen, ich habe irgendwo da draußen im Burschen ein Haus und fahre da mit dem Auto hin und ich bin dann zehn Kilometer von zu Hause entfernt, dann geht vielleicht schon mal die Heizung an und wenn ich dann fünf Kilometer von zu Hause bin, geht vielleicht schon mal die Kappemaschine an und wenn ich dann zwei Kilometer von zu Hause bin, dann öffnet sich langsam das Tor und dann kann ich da einfach reinfahren in die Garage und hinter mir schließt sich das Tor und solche Annehmlichkeiten, das bringt doch Spaß, an sowas zu basteln und solche Lösungen umzusetzen. Ich werde jetzt nicht sagen, dass man das unbedingt braucht, aber das sind jetzt einfach so Dinge gewesen, wo ich dann gesagt habe, allein das zu verstehen, wie es funktioniert und das Kabel an die richtige Stelle zu legen und dann die richtigen Teile auszusuchen, die man dafür braucht, hat mich immer fasziniert. Deswegen bin ich auch 20 Jahre in der Entwicklungsabteilung dann bei Siemens gewesen und habe da Services für die Telekommunikationsindustrie zum Beispiel geschrieben, da habe ich ein bisschen an den Prepaid-Services mitgeschraubt oder davor an Patenterfassungssystemen, die man einfach einscannt und die dann plötzlich auf CD-ROMs vorliegen oder auf DVDs und also diese ganze Technik, die kenne ich ja in- und auswendig und von daher kann ich auch ganz gut einschätzen, was jetzt mit der künstlichen Intelligenz da an weiteren Möglichkeiten auf uns zukommt. Und diese ganzen Anwendungsfälle, die werden inzwischen nicht mehr von Technikern ausgedacht, sondern von Politikern und da gruselt es einem dann ja wirklich schon ein bisschen, wenn man dann plötzlich merkt, oh Gott, die wollen jetzt von jedem Facebook-Nutzer das psychische Profil erstmal ermitteln und dann hat man rausgefunden, 50 Likes irgendwo an der geeigneten Stelle gesetzt und man weiß schon, welche Urlaubsreise man dem als nächstes verkaufen kann und ähnliches. Also wir sind so transparent und durchschaubar geworden wie noch nie und wenn meine Schüler mich in den letzten fünf Jahren dann immer gefragt hat, wie können wir denn mit unseren Daten sicher kommunizieren, da bin ich dann tatsächlich schon auf der Seite, dass ich sage, kommunizieren sie gar nichts, was sie nicht für safe halten, weil das kommt immer irgendwo an, wo man es lesen wird und wo man es auswertet und in irgendeine Statistik, ja, also da muss man mal ein bisschen Fantasie haben, wo diese Sachen landen und es ist zwar ein nettes Spielerchen jetzt zu sagen, ich schalte jetzt den Safe-Kanal ein, jetzt ist alles gekryptet, ja, aber das ändert doch nichts daran, dass wenn ich jetzt ein Virus hier habe auf der Kiste oder ein Trojaner vom BND oder irgend sowas, dass die schon von der Tastatur alles mitlesen können, ja, oder dass mein Smartphone nebenbei da Aufnahmen macht über die Audio, ja, wie der Snowden das schön beschrieben hat und ähnliches, das läuft doch alles, das heißt, ich kann mich nicht mehr verstecken, das heißt, ich muss jetzt einfach dazu stehen, zu der Person, die ich bin und aufrecht gehen und die richtige Meinung sagen, die man hat, ich sage jetzt schon was Falsches, also man hat keine richtige Meinung, man hat eine Meinung, fertig, und es gibt keine richtige Meinung, so, ich kann jetzt eine andere Meinung kriegen, dadurch, dass jemand ein besseres Argument hat gegen meins, aber da müssen wir wieder hinkommen, dass wir miteinander reden und dass wir miteinander zuhören, auch wenn die Leute alle keine Zeit haben, aber wenigstens mal ein bisschen, ja. Das heißt, mal eine ganz klare Frage an Sie als Techniker, haben Sie Angst vor der Zukunft mit den Szenarien, die Sie jetzt gerade aufgezeigt haben? Ja. Müssen wir uns Angst machen? Also müssen wir wirklich nicht vor Corona Angst haben, sondern vor der neuen Digitalität? Ja. Wie groß muss die Angst sein? Also wie autokratisch wird das neue System mit den Möglichkeiten werden? Das, was das World Economic Forum da gerade macht, halte ich für hochproblematisch, weil es ja jede Demokratie vermissen lässt. Die bestellen da einfach die Staatschefs ein und die tausend größten Unternehmen der Welt machen ihre Pläne, das ist der Rollout und das wird dann halt einfach gemacht. Und ich meine, hier bei TTIP sind die Leute noch auf die Welt, auf die Straße gegangen, weil sie gesagt haben, diese Form von Globalisierung wollen wir nicht. Aber diese Globalisierung, die da gerade abläuft, die ist ja noch einen Ticken schärfer. Da haben wir ja nicht mal mehr die Möglichkeit, auf die Straße zu gehen, weil das ist ja schon eine beschlossene Sache. So wie die heute mit dem Kurz geredet haben, da ist der Befehlsempfänger, kann man einfach nur mal reingucken in dieses Video. Das ist so dieses, wir sind uns ja alle einig, wir machen das schon und wie weit sind sie denn jetzt mit dem Rollout von diesem und das und jenem und was glauben sie denn, bis wann sie das und das fertig haben und solche Sachen. Also es geht nicht mehr darum, dass die sich jetzt da irgendwie was wünschen oder was, da werden konkrete Pläne gemacht und das, wie gesagt, YouTube, World Economic Forum, Kanal abonnieren, einfach zugucken. Nicht die Bohne, Verschwörungstheorie, sondern einfach nur ärgern, 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 hintereinander weg, wo ich sage, das, was sie da benutzen, ist Technik und die benutzen sie auf die beste Art und Weise, wie man sie nutzen kann. Sie gucken sich viel von China ab und sie können die ganze Welt auf die Art und Weise gängeln, vor allem mit diesem Social Scoring System. Und da werde ich mir in Zukunft dann keine Meinung mehr leisten können, weil das sieht man ja schon, also wer irgendwas sagt, dem wird dann gedroht mit Jobverlust, das macht ein Social Scoring System auch nicht anders. Das ist eigentlich nur vorweggenommenes Social Scoring. Diese Meinung, die darfst du nicht haben, da kriegst du 50 Minuspunkte und für diesen Satz kriegst du nochmal 100 Augen drauf. Und wenn du jetzt auch noch sagst, Internationalsozialismus, dann kriegst du 1000 Minuspunkte. Warum sage ich das? Aber es braucht ja gar nicht dieses Punktesystem, sondern es braucht ja eigentlich gar nichts, denn wer den Mund aufmacht, der wird einfach mundtot gemacht. Ich möchte nochmal so ein bisschen vordenken, wie sieht die Welt oder was glauben Sie, wie sieht die Welt aus in fünf oder in zehn Jahren? Wo stehen wir da mit unserer Demokratie? Wo stehen wir da mit unseren Bürgerrechten? Und wo stehen wir vor allen Dingen mit der Impfung? Wie viel Prozent der Menschen sind an Spätfolgen dieser Impfung gestorben? Und wird das jemals rauskommen? Ich weiß es nicht. Ich habe mit einem Kollegen mal darüber gesprochen, wie man sich da rettet jetzt über die Impfung. Und eine Sache ist mir da noch eingefallen, die vielleicht dem einen oder anderen ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubert. Vielleicht prescht man am besten vor und sagt, ich möchte unbedingt einer von den Ersten sein, der die erste Spritze kriegt. Weil die ersten Spritzen können doch nichts anderes sein wie Placebos. Die können sich doch gar nicht erlauben, dass da irgendwas schief geht. Also was sollen das für erste Impfungen sein, die sie da kriegen? Irgendwas Schädliches? Um Gottes Willen. Wenn die nach drei Wochen alle tot sind, dann haben die letzten Impfungen noch gar nicht stattgefunden. So, deswegen glaube ich überhaupt nicht, dass in den ersten Impfungen das Impfmittel bereits drin ist. So, aber das ist natürlich jetzt nur Vorwärtsverteidigung, wenn man jetzt weiter mitschwimmen will in diesem Strom. Das ist jetzt aber tatsächlich nicht meine Herangehensweise, meine persönliche. Könnte man jetzt aber machen, wenn man, was weiß ich, ein jüngerer Kollege ist, der sagt, ich kann meinen Job doch hier nicht riskieren. Wie gehe ich denn damit jetzt um? Ich möchte mich möglichst spät impfen lassen, damit ich dann sehe, welche Nebenwirkungen das hat. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Dieses, ich weiß auch gar nicht, was da überhaupt drin ist. Darf ich da nochmal eine Frage stellen zu Ihren Schülern? Was glauben Sie, wie viel Prozent der Schüler sich freiwillig impfen lassen wird mit dem Zeug? Ich glaube nicht, dass wir diese Möglichkeit haben, uns das auszusuchen. Man wird seinen Job wahrscheinlich nicht mehr machen können. Man wird nicht mehr zu einem Musikkonzert gehen können. Man wird nicht mehr zum Fußballspiel gehen können. Man wird nicht mehr ins Restaurant gehen können. Wenn man seinen Immunitätsausweis nicht zeigen kann. Wie sollen die einem denn glauben, dass man ein asymptomatischer Mensch ohne jegliche Krankheit ist, wenn man diesen Ausweis nicht hat? Also das ist meine Befürchtung an dieser Stelle. Und deswegen glaube ich auch nicht daran, wenn jemand mir sagt, aber die haben uns doch beteuert, es wird keine Pflichtimpfung geben. Man kann die eben auch auf diese Art und Weise umsetzen. Und dieser Impfausweis eignet sich natürlich hervorragend, um aus diesem einen neuen Weltbürgerausweis zu machen. Also weil jeder Weltbürger, der so einen Impfausweis hat, eben, ich meine, in den USA hatten sie bislang einen Führerschein als gültigen Ausweis. Warum soll man nicht einen Impfausweis nehmen? Funktioniert doch genauso gut. Und wenn man sowieso alle impfen muss, dann hat man sieben Milliarden mit einem neuen Ausweis. Was glauben Sie, wodurch wird das World Economic Forum gesteuert? Das ist ja eigentlich ein privater Roundtable, kann man sagen, oder ein Thinktank, wo bestimmte Eliten hinkommen, Politiker hinkommen. Aber glauben Sie, dass das wirklich die Steuerzentrale dieses Forums ist? Also ist der Schwab wirklich derjenige, der das Zündlein an der Waage ist? Also mir kommt der immer so ein bisschen vor, wie in einem schlechten James-Bond-Film Der Bösewicht. Ja, also im Moment habe ich keine andere Erklärung dafür. Das, was ich eben sehe, ist, dass viel über Loyalitäten läuft. Dass man sozusagen, das, was man jetzt auch versucht in den Schulen, teilweise von Fridays for Future umzusetzen, man kommt einfach mit einem Manifest, zu dem man sich bekennen muss. Und wo man dann sagt, ja, agreed, das sind gute Ziele, da mache ich mit, das ist wunderbar. Das funktioniert da oben auch nicht anders. Da kommt also jemand mit einem Manifest, wir bauen die bessere Welt, die Agenda 2030 und wollt ihr da nicht mitmachen? Und da schreien natürlich alle, wow, ja, und wir machen jetzt alles grün. Und wenn sich das im Nachhinein als Greenwashing herausstellt, weil irgendwelche Leute gemogelt haben und einfach nur ihre Bründe gesichert haben. Ich sehe das ein bisschen anders. Also ich sehe das ganz einfach, wir leben in einer Demokratie. Das sollte man diesen Leuten einfach ganz klar aufzeigen. Und auch wenn wir in Probleme kommen, ob es wirtschaftliche sind, ob es weltökologische sind oder gesundheitliche, ist es trotzdem eine Demokratie. Und in der Demokratie hat jeder ein Wort und jeder ein Stimmrecht und jeder eine Meinungsfreiheit. Und von daher ist für mich diese Diskussion gar nicht da. Kommen wir vielleicht einfach zum Schluss noch mal so ein bisschen zu Ihren Zielen. Was haben Sie jetzt vor? Was habe ich vor? Das ist jetzt sehr davon abhängig, wie jetzt die Schulverwaltung reagiert. Ob die tatsächlich wirklich glauben, dass ich irgendwas ausgefressen hätte oder ob sie jetzt sich das Ding mal so angucken, wie sich das gehört und dabei dann feststellen, oh, diese Berichterstattung, die war komplett unseriös. Die ganze Verfahrensweise war komplett unseriös und die haben ja durchaus die Möglichkeit, sich bei mir zu entschuldigen. Die haben ja durchaus die Möglichkeit, eine Gegendarstellung rauszuhauen in die Öffentlichkeit. Ob sie das wollen, ist eine ganz andere Sache. Aber ist das nicht an Yves zu denken? Also, wenn ich jetzt mal dieses Gespräch, was wir jetzt gerade geführt haben und einfach das letzte Jahr einfach reflektiere, dann haben wir über Dinge gesprochen, die in dieser Gesellschaft nicht mehr möglich sind. Wir reden ja über Dinge, sorry, dass ich Ihnen da jetzt so ehrlich auch das Feedback gebe, aber die ja eigentlich zur Konsequenz haben und das hat ja jeden getroffen, ob das jetzt Musiker sind, ob das Künstler sind, ob das auch Anwälte, jeder, der in dieser Art und Weise sich öffentlich geäußert hat, hat über einen Latz bekommen. Das nehme ich ja in Kauf. Also, sonst hätte ich das ja nicht gemacht. Das heißt, also, ich habe schon ein grazes Kreuz und ich sage, auch wenn ich meinen Enkel habe, dann kann ich denen immer sagen, mit mir dürft ihr reden, ich habe nichts verbrochen, ich habe immer alles gesagt, was ich wusste, ich wollte die Debatte, ich wollte darüber reden, ich wollte die Demokratie schützen vor diesen seltsamen Angriffen und natürlich hat der Mensch Hoffnung, also das zur Naivität. Nee, also ich bin Anhänger von Murphy. Murphy sagt ja immer, was schief gehen kann, das geht auch schief. Ja, so. Und dann, ja, aber warum sagt er das? Das sagt er dem Techniker, damit der jetzt alle Register zieht, damit möglichst nichts schief geht. Und das hat sich in der Vergangenheit doch oft gezeigt, dass das funktioniert, dieses Prinzip. Wenn ich jetzt den Finger in die Wunde lege und sage, da, ja, da ist die Wunde, ja, die müssen wir jetzt schützen, die müssen wir jetzt mal anders behandeln, da müssen wir jetzt ran, dann gibt es auch immer die Hoffnung, dass ich jetzt hier so als Virus die anderen infiziere und dann die dann langsam auch in die Pötte kommen und sagen, ich will jetzt aber eine Antwort darauf haben, wer da im Krankenhaus liegt und wie alt sie sind und woran die wirklich leiden und ob die nicht einen Gehirntumor haben, an dem sie gestorben sind und dann einen positiven PCR-Test obendrauf hatten. Also diese Art und Weise dieser Statistik ist, ja, kriminell genau genommen. Also ich habe, unwissenschaftlich habe ich vor einem halben Jahr gesagt dazu. Aber jetzt inzwischen müssen wir dann anders rangehen, weil wir haben schon viel informiert in der Öffentlichkeit, wir haben den Leuten gesagt, was die da tun und wenn die das jetzt immer noch nicht hören wollen, nochmal wieder zurück zu dem Ding, ob die sich da schuldig machen, selbstverständlich machen die sich schuldig und das kann ich denen auch sagen. Definitiv, also jeder, der jetzt schweigt und der auch noch schweigt, wenn diese Impfung da ist, die Impfung, die schlimmste Konsequenzen haben kann, schlimmste tödliche Folgen, denn sie ist nur ein halbes Jahr getestet und nicht mindestens sieben Jahre oder wie fast, also es gibt keine Impfung, die kürzer als sieben Jahre eine Zulassung bekommen hat. Das heißt also, das muss denen klar sein, vor allen Dingen muss es denen klar sein, dass Menschen gezwungen werden, dass sie ihren Körper, also wir haben ein Recht auf Unversehrtheit, das steht so im Grundgesetz, aber im Grundgesetz stand auch leider drin oder stand auch drin glücklicherweise, aber leider wurde dagegen missbraucht, dass wir ein Briefgeheimnis haben, das zählt für mich auch für E-Mails, Telefondaten, etc., etc. Das heißt also, unsere Politik, vor allen Dingen die Merkel-Politik, hat natürlich versäumt, das digitale Zeitalter in die politischen Maßnahmen und auch in das Grundgesetz mit einzuarbeiten. Ich danke Ihnen sehr, sehr für dieses Gespräch. Ich hoffe, dass Sie natürlich ein paar wirklich spannende Ziele haben für die Zukunft. Ich denke, aus meiner Sicht kann ich nur sagen, es ist der einzige und richtige Weg, nämlich mit der gesamten Gesellschaft zu reden und ich finde, Sie zeigen Rückgrat und ich wünschte, es würde nicht nur Tausende von Lehrern geben, sondern Hunderttausende von Lehrern wie Sie, die nämlich Verantwortung übernehmen und zwar nämlich die Verantwortung, die wir halt auch gelernt haben als Demokraten, wenn etwas demokratisch entschieden werden soll, geht es nur mit den kontroversen Meinungen, dass man die an den Tisch setzt, denn nur dann hat man alles verifiziert von allen Seiten und dann ist Demokratie, wenn eine Gesellschaft sich für etwas entscheidet. Alles andere ist Manipulation, ist Autokratie und ist alles andere als demokratisch. Also deswegen bedanke ich mich bei einem für mich großen Demokraten, mit dem ich heute geredet habe und ich hoffe, dass Sie einen neuen Weg finden und das kann ich Ihnen vielleicht nur sagen, wir haben ja wenig über Intuition gesprochen heute, dass Ihr intuitiver Weg das Alte abstößt und vielleicht etwas Neues werden lässt, weil ich glaube, es braucht auch in der Zukunft viele Menschen, die von echten Lehrern mit Rückgrat ausgebildet werden. Also das ist meine Hoffnung und vielleicht sind Sie einer derjenigen, die dann als erstes ihre neue Passion halt finden. Ja, Sie wollten noch etwas zeigen? Ein, zwei, drei letzte Sätze, genau. Also vielen Dank für dieses Interview, dass ich das überhaupt mal haben konnte. Ich hatte ja bisher überhaupt gar keine Gelegenheit, mal ausführlich Stellung zu nehmen zu meinen Positionen, dass ich kein Corona-Leugner bin, aber doch ein Skeptiker natürlich, also dass ich viel sage. Also ich habe ganz viele Videos auf meinem Kanal und die müssen natürlich auch geguckt werden. Ich wollte auch ein bisschen Werbung für den Kanal. Natürlich, immer losen. Deswegen halte ich jetzt mal einfach das Blatt hier so ein bisschen hoch und hoffe, dass das zu lesen ist. Rübo 1, 2, 3. Also, warum heißt der Kanal so komisch? Weil der tatsächlich nie dazu gedacht war, um irgendwie in diesem Stil was damit zu machen. Das war einfach nur ein Testkanal. Genauso wie mein Telegram-Kanal, den ich mir eingerichtet habe, auch nur ein Testkanal war für ein paar Leute. Das Ding haben sie mir jetzt auch aufs Butterbrot geschmiert. Ah, die haben ja aufgefordert, die Schüler da auf den Telegram-Kanal zu kommen. Also es zeugt von ganz großen, tiefen technischen Unkenntnissen dieser Leute, die natürlich bei mir nicht im Unterricht gewesen sind. Und das ist tatsächlich eine Lücke, die da entsteht, wenn ich da weggehe. Auf jeden Fall. Weil Techniklehrer sind nicht so häufig in Schulen. und weil ich mit meinem ganzen IT-Zeugs natürlich eigentlich eine qualifizierte Fachkraft bin, habe ich jetzt um mich persönlich beruflich auch nicht wirklich Angst, muss ich sagen. Das ist schön. So, und deswegen, wenn die tatsächlich meinen, ich hätte da was verbrochen in der Schule, dann sollen sie das mal sauber aufschreiben. Und da möchte ich dann noch einmal drauf gucken, mit meinem Rechtsanwalt zusammen. Und dann möchten wir das auch gerne verstehen, worin dieses Verbrechen bestehen soll. Also bislang, glaube ich, besteht es nur in der Forderung einer offenen Debatte. Und in der Ablehnung von feststehenden dummen Narrativen, die voll sind mit Fehlern bis oben hin. Und ich als Techniker, als Mathematiker, als Physiker, als jemand, der mit Zahlen umgehen kann, sehr wohl aufdecken kann. Und das können auch viele andere. Also wenn man die Leute verblöden will, dann macht man so weiter. Und dann gehen die ganzen guten Lehrer aus den Schulen weg, die diese Zahlen interpretieren können. Und dann bleiben die, die Lust haben, die Narrative umzusetzen. Und das wird eine ideologische Gesellschaft. Herr Bormann, vielen Dank. Und ich möchte vielleicht an meine Zuschauer auch noch sagen, ich stelle mir gerade vor, wenn es Lehrer gibt, die keinen Rückgrat mehr haben und die wenigen, die dieses Rückgrat jetzt im Moment halt beweisen, aus der Schule ausscheiden, was dann üblich bleibt, übrig bleibt an Lehrern, die einfach nur noch Vollstrecker sind. Nämlich Vollstrecker der Politik, nicht mehr kritische Mitbürger, keine demokratischen Mitbürger, sondern Menschen, die schon mal eigentlich dafür gesorgt haben, dass wir in einen großen Abgrund gerutscht sind. Von daher geht es hier gar nicht darum, um irgendwelche Vergleiche mit der damaligen Zeit, sondern es geht einfach wirklich tatsächlich nur darum, dass wir Demokraten sind und eine Demokratie besteht einfach aus gegensätzlichen Meinungen und zwar egal zu welchem Thema. Jedes Thema muss ansprechbar sein, sonst rinnt wir nicht in einer Demokratie. Und die freie Diskussion auf einer friedlichen, ehrlichen Art und Weise, das ist das, was wir heute auch wieder gesehen haben, was wichtig ist. Und ich glaube, jeder kann und darf einer anderen Meinung zugehören und kann sich selber ein Bild machen, aber, und das hat Herr Bormann heute auch, glaube ich, gut gezeigt, er muss sich aber auch denjenigen stellen, die nämlich nicht sich für blöd verkaufen lassen und die auch ein Anrecht haben, als Demokraten eine andere Meinung zu haben. Also in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Danke, Herr Bormann. Und ja, ich hoffe, dass alle Lehrer das wirklich heute sehen oder viele Lehrer heute sehen, damit sie einfach sich auch der Verantwortung bewusst sein werden. Denn wenn hier Millionen oder Milliarden von Menschen geimpft werden, dann kann das zu hunderttausendfachen, millionenfachen Tod führen, kurzfristig, langfristig. Und diese Verantwortung, die will keiner übernehmen, wenn sie nicht im Konsens der gesamten Gesellschaft entschieden worden ist. Also in diesem Sinne danke fürs Zuschauen und danke an Herrn Bormann. Bis zum nächsten Mal. Karl Stuth. Ich bedanke mich auch. Ich bedanke mich auch.